Wir haben in Deutschland gemerkt, wenn wir unterwegs sind, ob wir jetzt auf der Bühne stehen oder im Publikum, dass das Publikum in Deutschland auch sehr eingeschlagen ist. Aber in Köln zumindest. Und deshalb haben wir eine sehr kleine Mission entdeckt, auch für die Leute. Seid mal im Zelt ganz kurz leise. Die Leute, die uns draußen aufhören, können wir mal die Leute draußen hören? Die Mission ist folgende. Man kann sich daran erinnern an die gute alte Zeit, wo Marvin Gaye, Donny Hathaway oder James Brown auf der Bühne standen. Und die mussten, ich meine, James Brown mussten was gesagt haben. Und die Leute halt so machen und das wollen wir hier. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, eure Emotionen kochen und ihr könnt das durchschreien und greifen und lassen, dann macht es genauso, dann muss ich wirklich sagen, dass ihr das beste Produkt aller Zeiten seid. Und das gilt aber auch, das gilt auch bei Malagen, mehr sag ich nicht. Und das gilt auch bei Malagen. 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 Und das gilt auch bei Malagen.